Wir hatten drei interessante und spannende Tage. Neben Effizienzsteigerungen und dem enormen Drang nach Flexibilität ist natürlich in diesem Jahr ein Thema in den Mittelpunkt gestanden, die ganze Diskussion rund ums Plastik. Unsere Kunden haben sehr viele Fragen und erwarten natürlich Antworten, die sie zu einem Großteil hier am Kronestand auch erhalten haben. Wir präsentierten interessante Lösungen zum Reduzieren von Nebenzeiten, sehr innovative Lösungen im Bereich der Verpackung, insbesondere in der Sekundärverpackung bis hin zu innovativen Lösungen im Bereich der Intralogistik, die wiederum Flexibilität bietet. Nicht zu vergessen natürlich die vielfältigen Lösungen und Möglichkeiten, die wir bereits im Bereich der Digitalisierung oder mithilfe der Digitalisierung hier präsentieren konnten. Das Ganze dann gepaart mit dem enormen Know-how und dem enormen Erfahrungsschatz unserer Kunden hat zu super interessanten Gesprächen geführt, die auch wiederum neue Ideen geboren worden sind. Und sehr viele Chancen für die Zukunft, die ich in Summe dann erstmal sehr positiv sehe. Ich möchte mich bei allen Besuchern, insbesondere bei unseren Kunden natürlich bedanken, aber auch beim gesamten Kronest-Team für diese spannende und sehr erfolgreiche Messe und freue mich bereits auf nächstes Jahr.